Protozonen. Protozonen sind Urtiere, Urtierchen. Protozonen sind tierische Einzeller. Protozonen haben also echten Zellkern, sie sind einzellige Lebewesen. Sie bilden zusammen mit den Algen und Pilzen das Unterreich der Protisten. Allerdings sind die Protozonen Tiere und die Algen und Pilze werden dem Pflanzenreich zugeordnet. Es gibt verschiedene Arten von Protozonen. Es gibt, ja, ich will jetzt nicht zu viel darauf eingehen, jedenfalls ist das Interessante, dass die Protozonen schon sehr lange existieren. Protozonen gehören zu den Urtieren, den Tieren, die schon sehr lange existieren. Protozonen haben auch eine gewisse Bedeutung für den Menschen. Es gibt die sogenannte pathogene Protozonen. Die können bei Menschen verschiedene Erkrankungen hervorrufen. Die nennen sich dann eben die Protozoonosen. Beispiele für Protozoonosen, also Erkrankungen, die durch Protozonen hervorgerufen werden, sind Malaria und auch die Amöbenruhe.